Oh mein Gott! Tschüss! Es klingelt einmal! Oh! Geh ola, acere! Geh ola, mi gente! Was geht ab, meine Besten? Euer Boy, Elmeor, Kubanito, es war wieder Backupstart und ja, mi gente, heute, könnt ihr im Titel lesen, haben wir eine richtig heftige Mission und zwar werden wir einfach mal, was werden wir machen? Wir werden einfach Handschuhe mit Magneten vollkleben und den Fußball auch noch, also eine Seite und ja, werden so ein Fußball-Experiment machen, mal schauen, ob das wirklich, oder ob der Ball dann wirklich hält, das werden wir gleich sehen, aber zuvor gehen wir schnell zum Baumarkt, Bau und Hobby heißt das hier in der Schweiz und mit dabei habe ich mal wieder mein Primo, der normalerweise auch nimmt, Bruder, Bruder, wassup, wassup, alles gut? Ja, Digga! Leute, wir gehen jetzt rüber und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich drüben, bis! Tschüss! Auf jeden Fall, Leute, wassup, wassup, so Leute, euer Boy fährt einfach mit seinem ersten Auto, ei, 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 wo müssen wir noch durch, boah? Kadao? Stalling, Stalling, du denkst du? Schon wieder, fassum, fahrt. Auf jeden Fall, Leute, heute machen wir die ultimativen Magnetischen Fußball-Handschuhe und Fußball auch noch mal schauen, wie das sein wird. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich drüben, bis! Okay, wir sind angekommen bei Bau und Hobby, das ist hier in der Schweiz so wie, also Baumarkt in Deutschland und ja, wir haben jetzt diese Magnete hier gefunden und wir nehmen noch so ein paar kleinere, weil die anscheinend stärker sind und naja, wir werden jetzt einfach mal versuchen, wie das rausgekommen ist, das sehen wir jetzt gleich auf dem Platz, November. So, wir sind auf dem Fußballplatz angekommen und hier sind sie, ja, die ultimativen Magnet-Handschuhe, oh no, oh no, und hier natürlich auch der Magnet-Fußball und ja, jetzt werden wir einfach mal das Ganze hier im ultimativen Test versuchen, ja, wie das Ganze sich schlägt und ja, Leute, ich würde sagen, wir probieren das jetzt mal, ich ziehe die jetzt einfach mal an, ich hoffe, die fallen nicht ab. Okay, Leute, ich ziehe jetzt die Handschuhe an, ich hoffe, ich hoffe, es klappt, ich hoffe, es klappt. Oh mein Gott. Leute, es klappt einfach, Digga, es klappt. Wir werden jetzt einfach mal versuchen, ob das hier hält. Digga, es klappt nicht. Es klappt nicht. Es scheint leider nicht zu funktionieren, aber ich mach das jetzt einfach real, wir werden es zu Hause nochmal versuchen, wir werden versuchen, mit so kleineren das anzukleben und die Dinger zum Kleben zu bringen, weil leider, funktioniert es nicht. Egal, ich würde sagen, wir sehen uns gleich am anderen Ort, wo wir nochmal versuchen, mit den Kleineren das Ganze so kleben zu bringen. So, wir sind drüben angekommen beim anderen Fußball-Pit. Ja, wir haben jetzt nochmal so kleinere, sieht man das? Wir haben jetzt nochmal so kleinere Magnet-Dinger da reingemacht, äh, rangemacht und ich hoffe jetzt einfach mal, ja, für die ganze Crew, danke nochmal an Timmy auch, der nicht mehr garifizt, sondern Timmy und Leandro, mein Primo hinter der Kamera, auf jeden Fall, danke an euch. Und, äh, ja, wir probieren jetzt auch mal das Ganze, ob das klebt oder nicht, ich würde sagen. Ich muss dazu sagen, Leute, ich war nie gut in der Schule, in der Physik und, äh, egal, wir probieren es jetzt einfach. Übrigens, Kameramann, wie sehen meine Haare aus? Sieht ihr okay aus? Ja, ja, ja. Oh mein Gott, es klebt einfach. Tschüss. Oh mein Gott. Tschüss. Es klebt einfach mal, Leute. Oh no, oh no, oh no, oh no. Es klebt einfach mal. Shit, shit, shit. Ich bin da. Ich bin da. Okay. Oh mein Gott, Leute, wie hat das einfach geklebt? Was da klebt? Komm mal mit, komm mal mit, YouTube. Das klebt nicht. Lass mal da hinten probieren. Das klebt auch. Okay, dann können wir damit nicht mehr. Was meinst du, die Stange da hinten? Wir probieren mal hier bei dieser Stange. Das klebt. Oh mein Gott. Nein. Komm mal rein, Bruder, jetzt. Was geht? Hey, Bruder, alles klar. Yo, yo, was geht? Timi auch wieder am Start, meine Freunde. Hate is gonna hate. Ich bin der einzig wahre Tim. Wie heißt er denn jetzt auf YouTube? Ja, ich heiße Timi, Leute. Timi, ein halbes Jahr später heißt er, keine Ahnung, Chuck Norris oder so. Ja. Auf jeden Fall, Leute, checkt ihn ab und hat jetzt noch einen Kanal verlinkt. Jetzt will ich aber sagen, Bruder, den schnappt hier mal die Handschuhe. Okay. Schau mal hier. Wow. Immer diese Thumbnail-Action. So, auf jeden Fall, ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen Schuss auf Timi. Bruder Herbst, was denkst du? Schaffst du es zu fallen? Klar, klaro. Okay, Leute, wir machen jetzt jetzt mal ein Wärmen. So, was da ein Wärmen? Oh mein Gott, der Ball hält einfach. Oh shit, Leute, auf jeden Fall, der Ball hält einfach. Ich würde sagen, wir machen jetzt Next Stage, ich schieße mal einen Freistoß, okay? Let's go. Ja, Leute, auf jeden Fall, der Ball ist unnormal schwerer. Ja, also man merkt schon, dass hier etwas anders ist an dem Ball, ne, mit den ganzen Magneten. Auf jeden Fall, ich würde sagen, wir schießen jetzt mal einen Freistoß auf Timi. Mal gucken, ob er ihn fangen kann. Cousin, zeig mal hier den Ball. Der ist auf jeden Fall schon hart am Leiden. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, diese kleinen Dinger, die halten echt mega gut. Mal gucken jetzt, wie es beim Freistoß sein wird. Timi, are you ready? Bereit? Okay, Leute, wir machen jetzt. Ready? Oh mein Gott, der Ball klebt einfach immer noch. Okay. Oder auch nicht. Ich glaube, wir haben den falschen Leim genommen oder so. Nee, Bruder. Aber das Ding ist, wir hätten von Anfang an diese kleinen mehr kaufen müssen. Extrem, extrem viele. Ja, Leute, auf jeden Fall, ich kann nur empfehlen, wie gesagt, wir haben ein bisschen gefällt, gebe ich ehrlich zu. Also kauft, wenn ihr das selber probieren wollt, macht euch echt mega Spaß. Holt auf jeden Fall diese kleinen Magnete, so halt stärkere Magnete. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, wir machen jetzt einfach noch ein bisschen Freistoße. Oder, Timi? Auf jeden Fall, ich will zeigen. Okay, Leute, ich würde sagen, wir skillen jetzt noch ein bisschen. Mal schauen, wie das geht mit diesem Magnetball. Hey, wie komisch fliegt der denn? Das Ding ist, schau mal, schau mal wieder, schau mal wieder. Was? Was ist mit diesem Ball, Digger? Hey. Boah. Was ist das, Digger? Was ist das für ein Ei? Boah. Nein. Oh. 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 Alles. Digger, ich habe meinen ganzen Fuß gebrochen. Darf schon schlichen. Hey. Oh, gellig. Hey, lass mal schon eine Challenge machen. Wer mir mal schockieren kann. Okay. Der Verlierer kriegt Nackenklatsche, okay? Du fängst ab. Aber schickst ab. 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 Okay, scheiße. Wie geht's? Wie ist das davon? Wie geht's, ja? Okay, Leute. Kurze Challenge. Hochhalten. Wer mir schafft, gewinnt, logischerweise. Wer weniger schafft, der kriegt Nackenklatsche, okay? Okay. Okay. Mach noch mal. Okay, Leute. Ab jetzt geht's ernst. Komm. Eins. Neun. Zehn. Elf. Ditzel. Vierzehn. Fünfzehn. 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 Ich habe hier einmal noch gerührt. Fünfzehn. Fünfzehn, oder? Vierzehn. Egal, dann. Vierzehn. Egal, vierzehn. Also, vierzehn sind zu toppen? Eins. Zwei. Drei. Ne! Komm mal, Marco. Okay, wir haben auch Versuche, ich gebe dir jetzt auch noch mal. Komm her. Letzter Versuch, aber es hält es. Leute, ich habe ihm ja auch noch mal, oder er hat mir auch noch mal eine Chance gegeben, deshalb kann er jetzt noch mal probieren. Vierzehn gibt zu schlagen. Boden anfangen, ne? Eins. Zwei. Drei. Drei. Ja, Bruder, ich will zeigen. Dank. Okay. Ah! 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 Sorry, Bruder, jetzt. Ah! Ah! Der tut morgen noch weh. Leute, das ist ja extrem schwer. So, Leute, das war's auf jeden Fall von dem Video und dem Experiment mit diesem Magnetball und ja, der hat ziemlich, ziemlich gelitten, genauso wie Timmy, nicht mehr Gareth Walker, der checkt ihn ab. Und ja, er hat jetzt einen neuen Kanal, check ihn auf jeden Fall ab. Ich hoffe, man hört uns eine Massen, check ihn ab, unten verlinkt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Like and like and like and manos darüber. Sehen uns. Peace.